Nimm deine Zukunft selbst in die Hand und entscheide dich für eine nachhaltige Berufsausbildung in unserem Hightech-Familienunternehmen. Hier erfährst du, warum dir die Ausbildung zum Polymechaniker oder Produktionsmechaniker viele Türen öffnet. Die Mitarbeit bei Endres und Hauser verbindet immer zwei Seiten, die technische und die menschliche. Das ist unsere Formel für Zufriedenheit. Schon in den ersten zwei Jahren der Grundausbildung produzierst du Teile, die wirklich zum Einsatz kommen. Fräsen, Drehen und Bohren, aber auch die Montage und Inbetriebnahme von Maschinen sind Teile des Alltags. Du tauchst somit in zwei Welten ein. In die der manuellen Fertigung und in die der digitalen Planung und computergestützten Steuerung. In der Grundausbildung habe ich jetzt noch Zeit, um herauszufinden, was mir wirklich gefällt. Du sammelst grundlegende Einblicke und entscheidest dich dann für einen Schwerpunkt. Einer davon ist die Projektplanung. Du entwickelst Lösungen für Kunden und gibst die Produktion in Auftrag. Meine Stärke ist Organisation und deswegen habe ich mich für den Schwerpunkt Projektplanung entschieden. Entscheidest du dich für die Montage der Durchflussmessgeräte, lernst du als Produktionsmechaniker die verschiedenen Montageschritte bis hin zur Qualitätsprüfung kennen. Interessierst du dich für digitale Arbeiten, ist die Fertigung mit CNC-Maschinen der richtige Schwerpunkt. Dies umfasst die digitale Planung des Bauteils bis zur Qualitätskontrolle. Mir fasziniert, wie viele Möglichkeiten wir haben, um etwas zu fertigen. Das sieht man anhand von diesem Beispiel an der Form 1. Das ist ein Projekt, das wir gemeinsam hatten. Vom Lehrmeister aus dürfen wir solche Projekte durchmachen. Als Polymechaniker kannst du dich ebenso in der Montage und Instandhaltung vertiefen. Dabei behebst du Störungen von Maschinen, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Egal, wofür du dich entscheidest, am Ende des Tages stehst du mit etwas Handfestem da. Viele unserer Lernenden nehmen nach der Ausbildung eine Weiterbildung oder ein Studium in Angriff. Die Ausbildung hat einen sehr hohen Stellenwert bei Endressenhauser. Der Mensch steht im Mittelpunkt und der hat ja die volle Unterstützung für unseren Beruf, für den Polymechaniker und den Produktionsmechaniker, das Feuer entfachen zu dürfen. Hast du Interesse an einer Berufsausbildung zum Polymechaniker oder Produktionsmechaniker in einem Hightech-Familienunternehmen, dann freue ich mich auf deine Bewerbung.